Sag mir nicht, dass du mich liebst, sag mir nicht, du bist verliebt Und sag mir nicht, dass du mich brauchst, denn du hast meine Liebe nicht verdient Was geht ab, Alien Savages, und willkommen zu einer weiteren Episode Good old, lass uns reden, what up fam Die Episode gestern kam richtig gut an Ich hab so nice Messages von meinen Freunden bekommen Die so, Ferdi, Freischnauze, bitte, bitte mehr davon Weil du kannst es wirklich auf ein Level machen, wo es nice ist Im Sinne von, was meine ich mit nice? Wisst ihr, wenn viele Menschen einfach Freischnauze reden Ist es halt sehr schnell einfach sehr negatives Purchen Im Sinne von Judgement, im Sinne von Blackmagic, Gossip Ja, beleidigen, das fühle ich nicht Das will ich nicht Ich will Realisation kreieren Und wenn ich Freischnauze rede, ich bin halt auf einem Level, wo ich wie in dem letzten Podcast So jetzt über Veganismus und eine gewisse Hexe im Lande Aus der Perspektive geredet habe, wie es sich in meinem Körper anfühlt Wisst ihr, ich liebe alles und jeden Wir sind alle Gott, wir sind alle eins, wir sind alle unconditional love That's who we are Und wir sind hier runtergekommen als Individuum Die Illusion von Separation Du bist du, ich bin ich Und ich hab meinen eigenen Geschmack Ich hab meine eigene Realität, wie sich Dinge in meinem Körper anfühlen Und meine Feelings sind valide Genauso wie deine Ich invaliere, wenn das ein Wort ist, nichts Sondern deine Feelings sind valid Genauso wie meine Und wenn sich was nicht stimmig oder gar nicht gut in meinem Körper anfühlt Weil mein Körper einfach cringet Weil jemand fake ist So nach außen Persona hat Was diese Person aber gar nicht verkörpert Ist fake Und da ist kein Front Sondern es ist, was es ist So ich mach Frequenzen Offensichtlich Ich spreche die Dinge aus, wie sie wirklich sind Und dann, wie sie sich in meinem Körper anfühlen Und das ist halt eine nice vibration Weil da muss ich gar nicht irgendwie Scheiße reden Irgendwie eine Person runterreden Jemanden beleidigen Nee, ich spreche die Dinge einfach aus, wie sie sind Weil vieles Ist eben Versteckt hinter einer Fassade Und Kannst mir nichts verstecken Weil ich sehe Vibrations Frequencies More than anything these days So you cannot hide anything Because you cannot fake a frequency Und ja Dann spreche ich die Dinge halt aus Und sag dir, wie sich Dinge in meinem Körper anfühlen Weil ja, ganz normal Wie jeder andere Habe ich auch Körperreaktionen Dass Wenn was zum Beispiel fake ist Da cringe ich So Cringe ist nicht eine Beleidigung So, äh, das ist cringe So meine ich das nicht Sondern wenn ich sage, was ist cringe Dann ist es Literally Die Körperreaktion In meinem Körper Dass sich meine Eingeweide Cringen So zusammenziehen Und das ist quasi alles Was nicht so authentisch ist Je weniger authentisch Desto mehr cringe ich Sag mir nicht, dass du mich liebst Sag mir nicht, du bist verliebt Und sag mir nicht, dass du mich brauchst Denn du hast meine Liebe nicht verdient Capita Bra Und Loredana Das ist so ein geiler Song Das war noch Das war so Das Ende für mich Capita Bra Seine Hochzeiten Jetzt gerade weiß ich nicht Ich glaube Er ist einfach sehr Mit Drogen Die ich nicht so fühle Einfach auf Filmen unterwegs Die ich nicht so fühle Aber damals Da war echt Eine sehr goldene Zeit Ich frage mich halt auch So wer dahinter war Hinter seiner Musik Ob er irgendwie Krasse Leute hatte Im Team Die wirklich so Dieses Gold aus ihm Rausgeholt haben I don't know Weil ich Ich habe ihn immer so Mit dem einen gesehen Jetzt Capita Bra Von Dieser Band Ich glaube die heißt SPD Oder wie die Partei Ich glaube die heißt so Oder irgendwie so Scheiße In meinem Keller Liegt eine Leiche Die meine ich Und da hat der eine Der war halt immer mit ihm unterwegs Und hat seine Musik produced Und das ist auch ein ganz helles Licht Ich glaube Vieles von Capita Bra Gold Ist darauf vielleicht zurückzuführen Also jetzt will ich Capita Gar nicht sein Gold abschreiben Sondern Es ist ja eher Es ist halt Welche Musen Küssen wir Wisst ihr So Das geilste entsteht auch Durch eine Co-Creation Und Ja 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 Okay Was habe ich auf meiner Liste Also ich habe ja Im Podcast Vorgestern war das Da hat mich ja Habe ich gechallenged Porno frei Und dann habe ich eben darüber geredet Und dass ich die Challenge auch gemacht habe Für ein halbes Jahr oder ein Jahr Fake News Werde jetzt scheiße geredet Ich habe nochmal nachgeguckt Auf meinem englischen YouTube Channel Ich habe nur Quote on quote 100 Tage Sprich Dreieinhalb Monate Circa Porno frei Gelebt Das war die Challenge Die ich durchgezogen habe Also es war nicht ein halbes Jahr Und auch kein Jahr Sondern es waren Quote on quote Nur 100 Tage Wollte ich einfach korrigieren Okay ey Leute Es kam so viel Hate Irgendwie da in den Kommentaren Jetzt wo Ferti freie Schnauze redet Purchen die Leute richtig los Also Erstmal Tiefer Tiefer Atemzug meine Freunde Hau 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 Tiefer Atemzug Hau 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 Da war ich echt so Hmm Soll ich jetzt mal Wieder so eine Woche oder einen Monat Einfach YouTube Kommentare ausstellen So wie ich das in der Vergangenheit gemacht hab Weil Es ist schon echt eklig Weil ich teile hier wirklich So eine Reale Verletzliche Vibration mithalt der Welt, ja, aber ich rede hier zu meinen Freunden, wisst ihr, so, da ist so ekliger Hate mit Leuten, mit denen würde ich gar nicht reden, da wäre ich so, okay, ciao, ciao, du hast meine Liebe nicht verdient, so, dem würde ich gar nicht mein Herz öffnen, dem würde ich gar nicht diese Storys erzählen, weil die können mich gar nicht halten, die würden eh gar nicht in meinen Realität-Vortex kommen, weil wir einfach nicht auf der gleichen Frequenz schwingen, da ist gar kein Judgment oder irgendwas drin, aber we're not like-minded und dann einfach mich so verletzlich teilen, wie ich das hier auch auf YouTube gar nicht kenne, dass jemand wirklich jeden fucking Tag sich hier hinsetzt und raw seine Journey, Hose runter, Herz raus, teilt, so, wer, wer, wer macht das auf diesem Level und, äh, ja, wisst ihr, das hier ist einfach meine Kunst, wunderschön und dann einfach eklig, besprühen das Leute mit Graffiti, was aber einfach nur Vandalismus ist, weil es sieht scheiße aus, laut mir, meine Meinung, fühle ich nicht und dann bin ich so, mh, wisst ihr, weil ich krieg, so, ich wache jeden Morgen auf und ich krieg so 5, 6 WhatsApp-Messages von halt Alien Savages, die meine WhatsApp-Nummer haben, die mir halt immer Feedback geben zu dem Podcast, weil es ist mir immer ganz wichtig von wirklich meiner Gang, meiner Fam, Alien Savages, ihr seid gemeint, genau, aha, Feedback zu bekommen und da seh ich halt so, wie krass meine Episoden resonieren und krieg wirklich konstruktive Kritik und auch nicen Input, was ihr da rauszieht und dann ihr mich challenged und whatever, aber halt einfach Leute so, die halt einfach nur neidisch sind, die nur einfach das gar nicht halten können und irgendwie einfach ihren Frust irgendwo parken wollen, da bin ich so, ja, fickt euch, ciao und zum Beispiel Rion von United Collective, so, der blockt halt alle Hater und hält seinen Comments immer clean und ich überlege halt gerade, was fühle ich, weil in meiner Realität wisst ihr, ich lebe so ein geiles Leben, weil ja, what you put out is what you get back so, hier, ich flau auf der Insel, ich treffe so schöne Seelen, ich habe so schöne Begegnungen, Leute, die mich wirklich sehen, für wer ich bin und das reflektieren und da ist so viel Liebe, so viel Fülle, es ist so, so, so schön und wenn irgendwie mit Leuten was ist, so, dann, dann regele ich das, ich bin so gut geworden, Konflikte zu zu managen, Dinge zu hausen, auszusprechen und da einfach in eine harmonische Frequenz zu kommen, auch wenn es dann irgendwie temporäre Trennung ist, also Temporary Disconnection Separation Separating with Love aber halt einfach so Schmutz-Hate-Kommentare, die einfach so hingekackt sind von halt Leuten, die sich in ihrem Moms-Basement hinter einem Keyboard verstecken so wieso erlaube ich das in meine Realität, das frage ich mich halt weil so it doesn't feel good, wisst ihr und dann denke ich mir so, ja brauche ich vielleicht die Hater, weil sie mich grounden und weil ich dann auch Dinge habe, über die ich reden kann zum Beispiel hat hier jemand geschrieben ich habe das Gefühl, dass du dich bezüglich deines Hates einfach hier noch zurückhältst lass doch mal fließen gefühlt purtschen eh schon alle unter deinen Videos aktuell Karten auf den Tisch teile deine View mute dich noch äh mute dir noch mehr zu I wanna know how you deal with your hate except eating fish jaja ähm fühle ich sehr dieses Kommentar aber hier ist halt das Ding, wisst ihr ich kann jetzt einfach ein paar Kommentare reingehen weil ich ich finde ich glaube viele von euch finden es spannend wie ich auf Hate-Kommentare reagiere weil ihr halt meine Farbe meine Frequenz fühlt und ich bin sehr hoch schwingend und dann wenn ich halt in Spirit gehe alles klar aber wie gehe ich mit so Shit um finden viele von euch glaube ich spannend finde ich auch und gleichzeitig sind da halt wirklich so Schrott-Kommentare dabei wisst ihr ich habe das ja ich habe ja letztens mal ein Poddy gemacht vor einem Monat oder so ich habe einfach den Chat geöffnet und bin durch Kommentare gegangen und die Hälfte der Kommentare ich habe halt gar nichts dazu gesagt weil das war einfach so dumm wisst ihr was soll so wenn eine richtig dumme Frage kommt ja gibt es eine richtig dumme Antwort aber da sage ich dann gar nichts weil es ist einfach so die der Hate ist schon so offensichtlich da muss ich gar nichts dazu sagen wisst ihr wie Rap Genetik ich bin nur der Spiegel hässlich seid ihr selber so aber ich habe dann einfach mal die nächsten zwei Fragen unten drunter gescreenshottet weil die da kann ich was dazu sagen da kann ich was dazu sagen so seid ihr ready für den Pferdi der nicht zurückhält ok na dann sollen wir sollen wir ein Outfit Change machen nur ein Räucherstäbchen an ja machen wir mal hier Stimmung machen wir mal einen Song an der einzige Song den ich habe der Copyright frei ist ok nehmen wir mal ein paar tiefe Atemzüge jetzt jetzt schießt der Pferdi richtig los jetzt geht es hier richtig los jetzt kommt Drive By mit der Wake Up Gun Wake Up Wake Up Motherfuckers Wake Up Truman Watch The Truman Show Jesus camera chapter los alas ca dial nie Bots social dos sen wollen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und für die Leute bin ich da. Und deswegen, ich bin viel am Handy, viel Memos auf der ganzen Welt, weil viele sind auch nicht auf Kopangan oder selbst auf Kopangan, aber wir sind dann gerade nicht an einem Ort. Aber ja, in diese Leute investiere ich weiter rein, checke rein. Und ja, aber deswegen, wisst ihr, ich rechtfertige mich hier gerade. Einfach, was ja eh schon klar ist, eine Vibration, die ich eh in mir trage, die so offensichtlich ist. Und Leute, die dann einfach irgendwie das ankacken, wisst ihr, warum erkläre ich mich dann da? Ja, so, das, ich hätte jetzt auch in diesen letzten zehn Minuten auf einer ganz anderen Vibration einfach wieder euch gestern von meinem Tag erzählen können, als da reinzugehen. Das ist einfach, ja, wisst ihr? Okay, nächste Frage. Wissenschaft ist doch kein weiterer Weg, Gott zu finden. What the fuck? Wissenschaft ist Wissenschaft. So, lest mal. The New Metaphysics. Gechannelt von Bashar in der Association, lange bevor die meisten von uns überhaupt geboren wurden, weil it's all timeless. Und wo ich dieses Buch damals gelesen habe, das war auch ein Major Awakening. Und ich kenne wirklich nur so eine Handvoll Leute, die dieses Buch wirklich, ich habe das so oft empfohlen, meinen ganzen Podcast, immer, immer wieder, aber die meisten Leute haben mir geschrieben, Ferdi, ich kann es einfach nicht halten, so, das resoniert nicht. Und ja, weil es ist so das Höchstschwingende in Worten, was ich je gelesen habe. Mittlerweile kenne ich noch mehrere Dinge. Und ja, für die meisten ist es einfach nur chibberisch, so, das können die gar nicht halten. Und das ist halt, deswegen, das fand ich so geil, weil Brittany war eine Person, die das wirklich komplett halten konnte. Und ich habe mich endlich dann nicht mehr allein da drin gefühlt, so wirklich die Structure of Existence nicht nur zu verstehen intellektuell, sondern zu verkörpern. Und das waren auch meine Lieblings-Podcasts von ihr darüber, weil sie kann sehr gut reden und eine meiner großen Challenges ist, es ist halt so wach zu sein und nicht verstanden zu werden. Und Brittany, wie sie redet, wird, denke ich, mehr verstanden. Ist nicht so kryptik wie bei mir. Und da hat sie halt zum Beispiel ein paar Podcasts gemacht, so über das Chapter Creativity aus dem Buch, The New Metaphysics. Wenn ihr die PDF haben wollt, schreibt mir eine DM, ist in meinem Google Drive-Folder von Bashar. Und das war so ein geiles Podcast. Wow, und dann war ich so, ja, jetzt checken die Leute. Aber nee, die meisten haben es immer noch nicht so, ja, moin, ja, moin. Also, und jetzt hier mal kurzer Exkurs. Wissenschaft ist doch kein weiterer Weg, Gott zu finden. So, was ist Gott? Und da sind halt viele auch wieder so in den Kommentaren auf dem biblischen Gott unterwegs. Auch wieder so narrow-minded. Es gibt nur den einen Gott, mein Gott, und der hat den längsten Penis. Und alle anderen Götter sind falsch. Da lebst du so in deiner kleinen Box drin. Aber wenn deine Box geil ist und du dich happy fühlst, perfekt. Dann frage ich mich aber, was du hier machst. Weil hier gibt es keine Box. Hier sind wir raus. Hier existieren alle Götter. Jesus existiert genauso wie Buddha, genauso wie Krishna, genauso wie alle anderen Götter. Denn wir gehen höher. Du und ich, wir sind eins. Higher Self, chillen wir. Höher, wir sind Oversoul, eine Oversoul. Da sind wir alle eins. Oversoul of Oversouls, parallel universes. Da sind wir auch alle eins. Oversoul of Oversoul of Oversouls. Es geht unendlich weiter bis all that is. The one, source, creation, the divine, God. Nenn es, wie du willst. The all is the one and the one is the all. Und aus dem einen kreieren wir die Illusion von Separation. Dass wir ganz viel Compartments kreieren wie Religion, Politik, Wissenschaft. Wissenschaft, Mathematik, Psychologie, Physik. So, das ist doch alles eins. Checkt ihr nicht. Das ist nur eine Illusion von Separation, die, wenn ihr höher geht, ist es alles eins. Und es sind einfach unterschiedliche Sichtweisen von the one. Und wenn du mehr und mehr da wirklich reingehst, findest du Gott. Findest du the one. So viele, die wirklich Quantum Physik checken, Wissenschaftler, die rasten aus. Viele töten sich auch, weil sie checken, es hört nicht auf. Aber viele sind halt noch so in ihrer Box, weil sie da der König sind. Ich habe die zehn Bücher über Vegan Nutrition geschrieben. Ich bin hier der Boss. Ich gehe auf eine Messe und da ist eine kleine Schlange von Leuten, die wollen Autogramm von mir. Und ich erzähle euch jetzt wieder, valide Punkte über B12. Ja, mega geil. Aber macht dich die Box wirklich noch happy? Oder willst du weiter aufwachen? Willst du weiter aufwachen, oder? Na, wovor hast du Angst? Frag dich mal, wovor du Angst hast. Weil nicht weiter zu wachsen, das ist so die größte Hölle. Das ist so ein Gefängnis. Und je weiter du wirklich so, und deswegen Wissenschaft, kommst du mehr und mehr hin, wirklich, ah, wow. So viele, die halten halt massiv zurück, wie ein Joe Dispencer. Warum hält er so zurück? Ist wieder was Positives, damit der Mainstreamer hält. Jeder zweite Satz ist so. Ich bin nicht spirituell, ich benutze nicht Wörter wie Chakren oder whatever. Aber, wenn ihr nicht zurückhalten, boah, also Joe Dispencer, überwach. Hält halt zurück, damit er mit deiner Mutter, mit deinem Opa oder so resoniert. Weil hier diese wissenschaftlichen Studien daran, ja was ist der Placebo? Was sind diese ganzen Dinge? Wisst ihr, geht doch mal weiter, geht doch mal weiter. Und schwupps, okay. Okay, ah, und dann kommt halt Structure of Existence. Da könnte ich jetzt Stunden drüber reden, aber ist doch eh schon klar, für die Leute, die mit mir mitkommen. Checkste doch. Und die Leute, die halt nicht mitkommen so, da bin ich einfach nicht euer Permission Slip, wisst ihr, und jetzt labere ich hier wieder auf einer Frequenz, da will ich gar nicht mehr abholen. Das können ganz andere machen. So viele fangen doch jetzt an, Structure of Reality for Dummies zu erklären, für kleine Kinder, hier im Kindergarten. Eins plus eins, da habe ich keinen Bock drauf. Wir chillen hier als Götter, weil wir sind alle Götter. Und wir sind halt dazu aufgewacht. Aber nein, es gibt nur den einen biblischen Gott. Ja, okay, aber was machst du denn hier, weißt du? Weißt du? Das frage ich mich halt auch. Also, nice Bücher. Wenn A New Metaphysics zu krass ist, könnt ihr zum Beispiel ein richtig einfaches Buch, wirklich auch für Kinder, ist Conversations with Gods. Habe ich auch so oft empfohlen, weil es wirklich so einfach ist und wirklich die universelle Message für Dummies erklärt. Also, wenn du denkst, es gibt nur den einen Gott oder es gibt keinen Gott oder was ist eine Higher Self und was ist Universe und so den ganzen Bums, auf richtig einfach Unterhaltung mit Gott oder auf English Conversations with God habe ich auch in meinem Google Drive-Folder eine PDF, wirklich für die Dorfbevölkerung zum Mitmeißeln. I know, it's a lonely place sometimes. Da denke ich mir auch so, warum bin ich so wach? Ey, du sagst, dass du so wach bist. Ja, da ist kein Value Judgment drin. Es ist, was es ist. Und ich sage dir, es ist nicht unbedingt geil, sondern für mich das Geilste ist es, mit allen auf der gleichen Ebene zu sein und relativ gleichzeitig zu wachsen. Das ist das Allergeilste. Da habe ich so Bock drauf, dass wir mehr und mehr eine Welt schiften, wo wir wirklich similar vibration und we are raising our vibration in a similar pace. Das ist, das ist, das ist mein, mein Himmel. Ja, ja. Ja, moin. Ja, moin. Ähm, so. Deswegen schreibt mir jetzt mal, also meine Alien Savages, so auf WhatsApp, auf so, wie ihr das jetzt gerade fandet, weil für mich ist es mehr frustrierend, weil ich habe Bock einfach, da wo ich bin, mein Leben euch zu teilen und in letzter Zeit halt wieder diese Lebensfreude viel, weil die habe ich. meine Emotions, was abgeht und dann halt einfach kommen wieder krasse Channeling States und wir gehen in die Sphäre, da, von wo ich bin und das ist halt eine sehr geile Vibration und auf die habe ich halt auch Bock. Ist halt wieder, letztendlich klar, ich folge meinem Heist Excitement, aber so mein Excitement ist halt wirklich mit meinen Alien Savages, mit dir, mit meiner Family reinzuchecken, worauf hast du Bock? So, hast du das jetzt gerade gefühlt? Ich habe es nicht so gefühlt, weil es war auch hier die Vibration ein bisschen von Frust drin, weil das ist halt, ja, es ist schon echt Frust, zu sehen, dass viele Leute einfach, so, weil, wisst ihr, Raising your Vibration goes exponentially, exponentiell. So, die Downloads, den Wachstum, den ich mittlerweile in einem Tag mache, habe ich vor ein paar Monaten in einer Woche gemacht, wisst ihr, und es hört ja nicht auf. so, es findet dich einfach, weil du es halten kannst. und es wird halt mehr und mehr Alien und deswegen Splitting Prism, so, the Earth is literally splitting. Und deswegen, warum denkt ihr, lebe ich auf Kobang an? Weil offline habe ich hier halt wirklich beste Leben, weil meine Freunde das wirklich halten können. Die leben genau dieses Leben, was ich lebe und das ist so nourishing. Oh ja. Und dann deswegen bin ich halt so online, dass ich einfach meine Show mache und die Comments einfach ausstelle oder so, oder halt nicht reingucke. I don't know, das finde ich gerade raus, aber ich will halt, das Ding ist halt auch, ich will halt jeden mitnehmen, der Bock hat. So, the splitting prism, wie funktioniert es? Das, warum sehe ich Leute noch, warum sehen wir Leute noch, die auf einer ganz anderen Frequenz schwingen? Damit die uns sehen können, wake up, wake up, wake up und einfach noch dem Zug, wir fahren gerade in diese Reality, höher schwingend und bald ist sie unsichtbar für Leute, die niedriger schwingend sind und andersrum genauso. Aber dass jetzt wirklich noch die Phase ist, wo die Leute so, scheiße, ja, wow, einfach deine Seele entscheidet sich noch aufzuwachen und sie rennt diesem Zug hinterher und sie kommt mit. Und da hier meine Podcast, so hier raus in die Welt schallern, damit jeder, der noch wake up mitkommen will, ey, Zug, wie sagt man, Viertel vor vier, so höchste Eisenbahn, höchste Abfahrt, der Dampf kommt schon raus, wir tuckern schon langsam los, du musst schon anfangen zu laufen. Aber kannst noch mitkommen. Deswegen kannst du mich hier noch sehen. Und halt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren zu hohe Frequenzdifferenzen, dass es literally unsichtbar ist, weil alles existiert doch jetzt gerade, in diesem Moment, wo? Hier und jetzt. Warum sind viele Dinge unsichtbar? Zu hoch oder zu niedrig schwingend? Wie ein Fernsehprogramm. Ich gehe auf einen anderen Sender, andere Frequenz. Aber ich weiß doch, dass alle Sender gleichzeitig existieren. Alles ist doch da. Aber ich bin doch auf einen fokussiert. Und die menschliche Erfahrung, gerade 2024, ist so ein wilder Mix an Frequenzen, dass so niedrig schwingende Leute und so hoch schwingende Leute sich noch sehen können und das sehr irritierend ist, weil das komplett unterschiedliche Realitäten sind. Und es wird mehr und mehr auseinander gehen, dass wie gesagt, in den nächsten Monaten, Jahren, die Züge zu weit weg sind, dass es unsichtbar wird. Dass dann die Leute, die aufgewacht sind, so, uff, oh ja, this feels good, being surrounded by like-minded people only. Und die Leute, die halt in the old earth shiften, bleiben, seht ihr, die mit ihrem esoterik Scheiß, weiß nicht, in deren Realität so, seht ihr, der Ferdig ist gestorben in seiner Traumwelt. Seht ihr, ja, die Welt ist scheiße, die Welt geht den Bach runter. Dritter, vierter Weltkrieg, whatever, zerbomben, so, diese ganzen Realitäten existieren noch schon. So, alles existiert im Hier und Jetzt. Und jetzt gerade sind wir halt in dieser und wir können wieder in so, we can choose. Und ich sage, the old earth goes to shit. Ich habe das schon zu oft gesehen, weil wir waren ja schon da. So, wer denkt, hier sind denn die Krays zum Beispiel? Die Krays, extraterrestrial race, also eher so unsere Verwandten, weil es sind, viele von den Krays sind unsere zukünftigen Serves, weil die in einer Erdenversion waren, die schon zu shit gegangen ist. Die sind in Underground, Bunkers gegangen, weil sie wirklich die Erde zerbombt haben und es war unlebbar, haben ihre Emotionen aus ihrem System rausbekommen, was sie voll bereut haben, weil ohne Emotionen ist so scheiße und helfen uns jetzt halt dabei, nicht wieder diesen scheiß Weg lang zu gehen. Und deswegen lade ich euch ein, ey, follow your heart, open your heart, follow your highest excitement, remember, transformiere deine ganzen Shit Beliefs von Angst, Angst ist, jegliche Angst ist einfach unnötig, ist eine Illusion, die hält dich einfach in Bondage, gibst du einfach deine Power away an irgendeinem Shit, was basierend eben auf der Angst ist. Und dann bleibst du auf dieser Frequenz und dann, ja, ist es deine Realität. Und jetzt, it's splitting. Remember, remember, aber ja, da ist jeder für sich selber verantwortlich, mach doch, was du willst, gibt kein richtig, kein falsch, gibt kein verkacken, gehst halt nochmal irgendwie in einen Loop auf eine Shit Reality und was ist wieder Shit, wisst ihr, ist doch alles valid, aber ist halt Präferenz. Ich hab darauf keinen Bock. Schon durchgespielt, ich seh die Scheiße, auf dem Film hab ich keinen Bock. Awakening, Enlightenment, oh ja, auf den Film hab ich Bock. Komm doch mit auf den Zug. Aber wie du willst, ist ja kein richtig, kein falsch. Ich lade dich einfach ein, kack mich nicht an. Bam! Ja, moin. So, meine Freunde, so, jetzt ist es raus aus meinem System und ich merke so, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich mach wieder wie die letzten Pottys eher, ich erzähl euch von meinem Leben, von meinen Emotionen und meinen Downloads. M-m-m. Äh, moving on. Ähm, ja, ich hab was nice auf der Liste, aber ich glaub, ich mach jetzt hier einen Cut, weil das war jetzt hier genug. Äh, ich fühl mich sehr komplett. Ähm, lass mich aber noch einen kurzen Catch-up machen. gestern, 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 ja, das macht mir viel mehr Bock, euch von meinem Leben zu erzählen, weil gestern war wieder so ein wilder Tag. Äh, ja, ja, moin, boah, was soll ich denn da anfangen? Ja, aber jetzt ist schon vorbei, jetzt hab ich verkackt, weil jetzt hab ich schon, jetzt bin ich halt entmesht wieder in diese Vibration gegangen von Leuten, die eh gar nicht mitkommen, geh ich dann dahin und dann kreier ich, das ist ganz weird, wisst ihr, aber es war jetzt wichtig für mich, das mal wieder zu erfahren, weil ich hab echt vor dem Podcast überlegt, was mach ich jetzt? Mach ich weiter diese Vibration oder geh ich hier so in whatever Vibrations rein und ich wollte es halt jetzt mal tryen, um zu sehen, ah, das dient mir gar nicht. Das, äh, nee, die letzten beiden Pottis fand ich so geil, weil da war ich in meiner Power, also bin ich jetzt auch, aber auf diesem Level hab ich expanded und jetzt hab ich versucht, einfach Leute abzuholen, die gar nicht abgeholt werden wollen. Wisst ihr? Die einfach so, ich will in meiner Scheiße, will ich mich einfach verkriechen und ich hab mit Scheiße auf dich geschmissen, aber ich lass mich da nicht rausziehen. Nee, ich bleib in meiner Box. Und das ist ja völlig okay, wisst ihr, da ist gar kein Judgment. Bleib in deiner Box. Scheiße ist geil. Aber ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Ich hab Bock auf diese Scheiße. Ist ja genauso scheiße. Scheiße ist ja jetzt nur ein Wort. Wisst ihr? Ich male halt einfach Bilder, die einfach sind, auf freie Schnauze, weil sonst rede ich halt ewig und erkläre alles wieder und dann sitzen wir halt hier wieder Stunden und wenn die Leute so, wer hört, der hört, wisst ihr? Und deswegen fühlt ihr mich so, weil ihr hört mich, Alien Savages, und ich sag's einfach auf easy. Ich muss es nicht nochmal 10.000 Mal für die Dorfbevölkerung, wisst ihr? Mitmeißeln ist langweilig. Laidback, auf cool, Poesie, das hier ist Kunst. Und ja, die meisten Künstler sind in ihrer Zeit nicht verstanden. Ich bin weiterhin Van Gogh und ihr mal weiter Strichmännchen. So Van Gogh, Picasso, so denkt ihr, die wurden richtig gesehen zu ihrer Zeit? Nee. Und das ist halt auch meine Achilles-Szene. Aber ich hab keinen, so ich bin happy, weil ich weiß, ich werd nicht erst gesehen, wenn ich tot bin, Quote on Quote tot, sondern schon in den nächsten Jahren. Und deswegen gibt's mir halt jetzt viel, dass ich wirklich so circa 1.000 wirklich Alien Savages hab, die diese Vibration halten und fühlen und das ist schon so viele, wisst ihr. Der Film 300, legendär. 300 Leute, übelst viele und ich hab wirklich einen guten Taui an euch, meine Armee, die diese Vibration wirklich verkörpern und wir hier abhängen. Deswegen, das darf ich mir immer wieder vor Augen halten, wie ich doch schon gesehen werde. Ja, moin. Okay. Ey, gestern, Ere geht raus an Chules, sie hat mir, sie kam aus Deutschland, sie hat mir meine Flossing-Sticks mitgebracht, denn diese Lazada Flossing-Sticks, also so Zahnseide-Sticks, die sind einfach nur ganz dünn, wie hier, halt auf billig, so, das fühl ich nicht so an Thailand, so. Lass alles so billig wie möglich machen, ja, dann ist halt shit. So das Klopapier, zerbröselt in meinen Händen, das billige. Deswegen kau ich mir das Gute. Gibt's ja auch. Aber Zahn-Sticks habe ich hier keine guten gefunden, auch nicht auf Lazada, sondern nur die, die wirklich zerreißen, so schnell und dann hängt das so zwischen den Zähnen richtig scheiße. Und ich hab so richtig gute, die sind auch unten drunter verlinkt, die sind in meinem Amazon-Shop, die sind auch aus Maisstärke, also die sind nicht mal Plastik und die halten ewig. Und da hat sich mir gestern eben einige Packungen mitgebracht, sogar zu viele Packungen. Deswegen, wenn ihr hier auf der Insel seid und welche haben wollt, dann schreibt mir. Und eben auch von meinem Supplement-Sponsor More Nutrition, wieder einiges an Subs. Und da waren auch so viele Proben dabei, also Ehre, Ehre, Ehre an meinen neuen Supplement-Sponsor More Nutrition. Ich hab sogar noch mehr, wenn ihr visuell zuguckt, in meinem Kühlschrank. Ich wollte ja jetzt eigentlich alle rausholen. Und da schnabuliere ich mich jetzt mal durch. Ich freu mich sehr, wie hier sowas... Irgendwas haben wir da geiles. Irgendwas mit Kaffee war da. Ich will Kaffee. Kaffee, Kaffee. Lecker Kaffee. Ich find's grad nicht. Ja, anyways, wenn ihr den maximalen Rabatt haben wollt mit dem Code FAERDI spart ihr 10-20% und ihr supportet euren Boy. Ja, moin. Ich find's nicht. Egal. Ehre, Ehre, Ehre. Und ja, das war's. Das war mal wieder eine weirde Mood heute. Aber das ist halt geil, weil der Ferdi schämt sich nicht. Der Ferdi ballert einfach raus. Schallert ins Universum. Wirklich meine Vibration. Raw, real und authentisch. Wer macht das hier so auf YouTube? Zeigt mir einen. Ich kenn keinen. Doch, jetzt kenn ich einen. Jonathan. Ich hab meinen Bro gechallenged. Hab ich eine Woche gesagt? Ich glaub schon. Eine Woche. Jeden Tag ist genau so wie ich zu machen. Und er macht's. Er hat schon drei hochgeladen. Und wenn das euch hier whatever zu hoch schwingen, zu alien ist, zu dumm, weil ihr es nicht halten könnt. Easy. Checkt's ab. Ich verlinke, wenn ich es nicht vergesse, Jonathan unten drunter. So grounded, der Boy. So wach, aber wirklich auf ordentlich, auf vernünftig. Also es ist viel einfacher, ihm zu folgen als mir, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt. Checkt's gerne ab. Wenn ihr seine Erfahrung auf Copangan hören wollt, gute Challenges, sehr nice Challenges. Da sind echt ordentliche Learnings drin. Er ist ja in einer Beziehung hier mit Shona. Sie haben ein Baby adoptiert, also einen Welpen. Aria. Und wie er diese Situation meistert, handelt, in seinem Podcast. Down below. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin erst mal. Hört. Ich bin erst mal.